es ist wieder zeit sich schick zu machen es ist wieder zeit sich in schale zu werfen herzlich willkommen auf meinem kanal heute im let's play civilization 1 eines der besten spiele überhaupt und ich spiele es immer noch gerne wir sind dabei one city challenge eine stadt bauen und damit den weltraum sieg gewinnen und mal gucken wie gut wir das schaffen wir sind 1000 vor der heutigen zeitrechnung und ja unser stadt ist eigentlich schon ganz groß wir haben keine größeren erfindung gemacht die man vielleicht nicht zu dem zeitpunkt gemacht hätte ich glaube das letzte war physix oder so genau gucken wir mal wie es weitergeht und wir schalten live um so 1000 vor christus 780.000 bewohner und es sieht eigentlich ganz gut aus achso natürlich muss ich hier reinklicken und dass ich auch an der richtigen stelle bin und wir haben das banking erfunden ok dann dann machen wir weiter mit us philosophie ne wir gehen erst auf die railroad so das geld wird in die kasse gespürt das ist ganz gut aber unsere erfindung dauern fünf turns zur zeit das ist mir ein bisschen zu lang das heißt wir setzen unser text rate wieder eins runter auf sechs dann haben wir einen gleichstand happy people sind wir eigentlich ganz gut dabei ich kann ja mal gucken was passiert wenn wir hier die luxury rate auf 20 prozent setzen ne das nicht da gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut und die setzen wieder schön hoch und dann haben wir auch wieder glückliche leute wir bauen das kollision uns fehlt noch ein bisschen geld dafür um es direkt zu kaufen wir werden es jetzt auch nicht direkt kaufen weil wir geben ja dann wieder mehr geld aus wobei dann haben wir wieder mehr glückliche leute so dann machen wir invention 38 oder oder drei runden machen wir drei runden wir sind überhaupt nicht powerfull so dafür haben wir aber ein kollision gebaut und jetzt kopernikus observatorium braucht nur 25 runden universität sollten wir auch vielleicht irgendwann mal kriegen so das sieht jetzt viel entspannter aus das heißt wir können jetzt noch mal gucken das war die luxury rate ein bisschen runtersetzen das können wir verkraften unsere total kost sind viel zu hoch das heißt aber auch dass wir unsere tax rate anpassen so 10 10 wunderbar glückliche leute aber und wir brauchen fünf runden weiterhin also es hat nicht so wirklich was gebracht da unten kommen leute was bauen wir was bauen wir was bauen wir bauen wir die verlangs wir bauen chariot den schicken wir gleich raus dann da wird es natürlich erst mal aufruf spuren geben in menschen so steam engine damit wir zu unserer eisenbahn kommen wir aktivieren dich und schicken dich hier hin also ein halten wir glaube ich aus dann gehen wir mal auf auf angriff jetzt müssen wir zwar ein unit mehr unterhalten aber ich fühle mich wesentlich besser oh das müssen wir natürlich ändern hier das müssen wir natürlich ändern und wir bauen das copernicus observatorium da haben wir steam engine unserer frage und railroad railroad können wir gleich hier bauen achso nee habe ich jetzt erst ausgewählt habe ich noch nicht erfunden da also okay dann bauen wir jetzt alles voll mit railroads und philosophie erst mal damit wir auf demokratie gehen können wie sieht das hier aus haben wir das jetzt alles hier abgedeckt ja wir müssen noch ein bisschen besser ausbauen da ist es wir müssen noch stärker uns glücklich machen wir können das runter setzen fünf gegen fünf okay das sollte erstmal reichen dann gehen wir auf demokratie und wir bauen weiter aus dass noch keine andere nation hier vorbeigekommen ist ist ja auch sehr verwunderlich was ist da los wie sieht es geldtechnisch aus ist okay wie sieht es mit dem observatorium aus da haben wir 20 noch oder in runden sechs runden noch die zulus haben die ägypter zerstört okay kommen die jetzt hier langsam vorbei die sind ja schon eher auf expansion aus da haben wir die demokratie und dann gehen wir weiter auf universität und sagen jetzt aber time for revolution ich glaube ab dem zweiten teil hat man das dann angeboten bekommen ob man nicht revolution machen möchte da haben wir das copernicus observatorium wir können es gerade noch nicht nutzen hier eigentlich gar nicht so schlecht aus oder wir gehen erst mal auf bank und können ja dann gleich wechseln okay jetzt aber mal das b damit wir eine schönere straße haben also 48 10 7 48 ist zurzeit unser code wir gehen auf demokratie haben ein neues kabinett und sagen jetzt 15 12 78 ja nice und entsprechend viele einnahmen okay und das kann man so lassen wie es ist jetzt ist natürlich die frage was passiert erstmal passiert nix ach so ne hier müssen wir jetzt wieder umstellen hier müssen wir umstellen ähm den können wir runter nehmen dann nehmen wir gate ein wir bauen die universität oder bauen sie nicht aber erfinden sie und brauchen drei turns pro discovery das hört sich doch auch gut an und gehen jetzt auf und nächste runde sind wir wieder ein bisschen groß haben eine kleine hecke die azteken wurden zerstört aber die azteken sind auch grün grün das waren auch eigentlich die solos hm keine ahnung was da los ist wir wollen aber die universität bauen okay washington baut ein weltwunder das ist ja alles ist sehr zufällig also hätte ich jetzt vorher abgespeichert und ähm ja dann jetzt neu geladen hätte wahrscheinlich nicht washington das weltwunder gebaut sondern eine andere nation hätte ein weltwunder gebaut und das wurde ja gar kein gebaut worden so hier machen wir schön weiter und eins nach christus oder eins der heutigen zeitrechnung mhm ok die haben wir gebaut das sieht übel aus ähm zwei runden können wir noch ohne und dann gucken wir mal wie groß wir denn wieder sind ich könnte ja mal ein musketier bauen und den ersetzen eins zwei ja ich weiß ich habe eine einheit rausgezogen meine güte mein gott weiter so luxury rate auf 30 prozent hoch das ist natürlich schon irgendwie pflichtprogramm ähm gehen dahin genau du hast ab du auch das wäre schon irgendwie toll und das unit entfernen wir dann auch ne ich will eigentlich gar nicht rumreisen äh das macht ja nur die leute wursch da haben wir genügend achso ich brauche nicht weiter bauen ne bank wollten wir bauen ne bank ich baue ein setlass nochmal damit wir das hier schneller vonstatten kriegen ok wir haben ja ansonsten alles notwendige gebaut caravan könnte ich dann noch bauen wenn ich wollte und den schicken wir hier nach unten industrialisierung ok factory ist natürlich gut ähm medizin und 96 mittlerweile 96 lämpchen haben wir das ist doch gut und unser palast wird auch immer schöner oh hallo ja wir sprechen mit dir ähm wir zahlen jetzt erstmal cool mal wollen wir nicht das hier gleich wieder disordern eins zwei oh ups so wir haben eine bank gebaut sehr gut dann müssen wir jetzt nochmal ein chariot bauen ja und den aktivieren dann wie weit sind wir entfernt vom chariot ja braucht der oh dann lieber eine legion zwei runden ok glück gehabt der gibt uns hundert das müssen wir jetzt versuchen so wir brauchen magnetismus noch und hier haben wir unsere legion gebaut nicht super stark im angriff ist naja drei im einen und dann bauen wir jetzt eine factory oder tun zumindest so als würden wir eine factory bauen da kommt schon wieder so einer kann man nicht gleich aktivieren so damit wir nicht beide units verlieren ja das war blöd den falschen einzuschicken also nochmal die factory wir wollen eine factory haben jetzt werden wir gerade ein bisschen aufgehalten hier sieht es noch glücklich aus die leute sehen noch glücklich aus wir gehen hier mal ein bisschen weiter damit wir einfach sehen können wenn was passiert wir haben hier im osten aber auch niemanden weil die chinesen sind nicht da denn wir haben die griechen stattdessen magnetismus ok ähm was als nächstes chemnestry doch ganz gut aus zwei millionen ok ja warum sollte man auch auf so ein railroad feld gehen wenn man direkt daneben gehen kann wir sind nicht mehr die glücklichsten aber dafür die verschmutzendsten wahrscheinlich so chimie was machen wir als nächstes mhm metallo key und schon 21 dinge so jetzt kriegen wir natürlich langsam ein problem aber jetzt bauen wir auch einfach karawanen ich hoffe die kosten nicht zu viel jetzt jetzt kriegen wir nämlich das äh umweltproblem wir bauen einfach ein paar karawanen damit wir unser unser weltwunder dann aufbauen können beziehungsweise wir können das ja auch eine karawane mal rüber schicken und noch ein bisschen trade einsammeln ähm ähm steel und explosives und wir bauen jetzt munter karawanen oder gehen wir jetzt schon auf irgendwas anderes wir brauchen eigentlich nichts anderes wir brauchen eigentlich nichts anderes auf die sich nicht wirklich zeigenden anderen Zivilisationen. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wo sind die? Dass die hier nicht gleich vorbeigekommen sind. Die Griechen dürften noch gar nicht so weit weg sein. Und wir sind 1000 nach Christus. Und haben soeben die Explosives entdeckt. Gut. Und dann Theorie of Brauchen wir die überhaupt? Cooperation brauchen wir auf jeden Fall. Yes. Yes. Ja, wir zahlen nochmal. Wir haben es ja. Wir haben es ja mittlerweile. So, hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt. Wie geht es weiter? Stahl brauchen wir. Darwin's Voyage. Da haben wir Stahl. Und Refining ist sicherlich nicht verkehrt. Und als nächstes Electricity. So. Darwin's Voyage ist erledigt. Powerplant könnte man auch zusätzlich bauen. Um noch mehr Dreck in die Umwelt zu blastern. Aber wir sparen ein... Ah ne, wir wollten noch Karawanen bauen. Okay, die Ritter sind da. Und wir können gleich so einen aktivieren. Und bauen auch gleich eine Kanone. Okay. Wir haben jetzt alles ausgebaut, ne? Ja, das sieht eigentlich sehr glücklich aus, was wir hier haben. Lass mich mal überlegen. Happy und Luxury Rate herunter setzen. Soweit nicht. Das ist mir nicht geheuer. Aber soweit. Alle drei Turns. Und wir könnten hier sieht es mit unserem Einkommen aus. Können wir auch ein bisschen runtersetzen. Und alle zwei Turns erfinden wir jetzt. Dann rennen wir dem Typen hinterher und versuchen ihn zu kriegen. Und die Kanone lassen wir bereit. Okay. Und jetzt sparen wir auf. So, unser Colossus ist leider weg. Schade, schade. Ähm, was brauchen wir noch? Electricity, Electronics fehlt irgendwie. Ne, Electronics sind da. Unter E. So. Und du gibst uns Geld. Und du gehst hier nach oben. Und du läufst zurück. Du bist fertig. Das heißt für uns, dich können wir eigentlich jetzt disbanden. Und jetzt geht's los mit den Verschmutzungen. Jetzt, wo ich ihn disbandet habe. Aber ja, wir kriegen jetzt auch mehr. Äh, wir wachsen ja auch schneller und alles andere geht ja auch schneller. Die Frage ist, was müssen wir als nächstes erfinden, damit wir langsam Combustion Combustion und ist Mass Production. So, das sieht auch eigentlich schon ganz gut aus, oder? Computers können wir ähm dann können wir City bauen. Und dann erfinden wir wieder schneller. Wir erfinden ja nicht mehr so schnell. Wir haben ja unseren Colossus gekillt. Ja. 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 Ich bin hier жест Fitness. Taisia. Ja. 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 Da. Ja, ich bin hier. Ja. 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 Okay, na jetzt kommen sie aber lieber Bahn. Wie lange brauchen wir noch bis City? Nächste Runde sollte es eigentlich da sein, würde ich behaupten. Waren das jetzt zwei Runden? Ähm, Theory of Gravity. So, Change City Program, sehr gut. Na, haben wir Glück gehabt. Da ist das City Program gleich gebaut. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Erfindung. Wir könnten den Hydro Plant bauen oder länger bauen und dafür den Hoover Damm. Wir nehmen einfach den Hoover Damm und gehen einfach hier. Oh, da ist ja eine Pollution. Warum sagt mir das denn keiner? Help Building Wonder. Okay. Wir bauen die viel weiter aus. Zum größtmöglichen. Wobei, dann sehen die Säulen sehr komisch aus. Mag ich eigentlich nicht so. Sehr gut. Das macht ihr super so. Das war zu erwarten, dass das irgendwann passiert. Moment. Jetzt sind wir ein bisschen blank. So. Combustion Atomic Theory. Combustion. Wir brauchen den hier. und 122 ist doch eigentlich ganz ordentlich hier. Drei Turns für eine Erfindung. So, wenn die nächsten Barbaren kommen, haben wir zur Zeit nichts, was wir denen entgegenwerfen können. Und da haben wir den Motor entwickelt. Gut. Wir gehen direkt auf Flug. Wir müssen da vorankommen. Wir wollen ja eigentlich so schnell wie möglich ein Raumschiff bauen. Da ist die nächste. Wir warten ja nur drauf. So. Was haben wir denn jetzt? 1500. American Civilization destroyed by Russians. Okay. Und den Hoover Dam. Sehr gut. Damit ist zumindest das schon mal reduziert. Und wir gehen auf das nächste Weltwunder. Ne. Wir wollten erstmal noch hier Nachschub holen. Noch eine Kanone. Damit wir auch angreifen können. So. Advanced Flight. Natürlich. Brauchen wir. Zur Sicherheit bauen wir glaube ich noch eine oder? Wir haben so viel Geld. Wir produzieren so viel. Sollte schon okay sein. Dann nochmal die hier. Auch wenn ich das eigentlich nicht so schön finde. Aber ich mache es trotzdem. Damit wir da wenigstens am höchsten ausgebaut haben. So. Und hier haben wir jetzt die nächste Kanone gebaut. Damit können wir jetzt hier entspannt aufs nächste Weltwunder gehen. Okay. Unser Total Income ist natürlich jetzt gerade unterirdisch. Und dann müssen wir da ein bisschen hoch gehen. Und dann sieht das wieder besser aus. Ist eigentlich Zeit hier wieder eine Pause zu machen. Hätten wir direkt um am 15. AD machen können. Wieder eine halbe Stunde um. Ist doch gut. Dann gibt es noch einen Teil. Nämlich den Bau des Weltraumschiffes. Genau. Also bis dann. Macht's gut. Und schaut wieder rein wenn es heißt. Let's play Civilization 1. Und zwar den dritten Teil von One City Challenge auf Warlord. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.